Ja, du hast es verstanden. Das war ein Vollschock, deswegen habe ich es einfach du doch. Würdest du jetzt auf das Ding nehmen? Ich hätte es eigentlich da fest. Oh, Mann, ey. Nee, jetzt laberst du mit dem, das war deine Chance. Wache, wache, der Typ hat einen Schraubenschlüssel in der Tasche. Kameraden sparen. Geh du zuerst durch, dann gebe ich ihn dir. Ja, wieder über die Seite irgendwo. Durchs Gitter an der Seite. Ja, ich gehe klar, rechts an der Seite. Oh Gott, das ist aber auch echt das schlechteste Geflings der Welt, oder? Starr mir nicht so auf den Arsch. Ich kann da nicht hoch. Ja, starr mir mal nicht so... Dein Arsch ist ein Weg. Soll ich denn... Oh, Ton. Dankeschön. Mann. Bist du als Hund auf die Welt gekommen, oder? Also, ich habe nicht dir am Arsch gerochen, will ich nur mal anmerken. Komm jetzt, komm zum Tor. Wir müssen das Tor aufschauen. Ja, ich bin beim Tor, du nicht. Achso, ich habe dein Bildschirm geschaut. Und da habe ich gewundert, wo du hin willst. Oh, ich bin ein Enginheer. Dafür, dass du jünger bist, bist du echt langsameißig. Du bist einfach im Weg. Ja, wir sind ausgebrochen. Und jetzt ist das Spiel vorbei? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh, oh. Oh, oh. Der Chopper? Ja, es scheint, dass wir ihn wirklich verletzten. Wir benutzen alles, was wir haben. Wir müssen bemerken. Ich gehe nicht zurück. Oh, oh. Wir haben uns verloren. Ja, ich weiß. Du bist einfach einen anderen Weg gelaufen als ich. Du hast vergessen, wer hier der Chef ist. Oh, da bist du. Ja, und dennoch rennst du mir nach. Ja, ja. Ich habe auf dich gewartet, mein Lieber. Hopp, ich helfe dir mal hoch. Ich bin so frei. Ja, ich helfe dir nicht hoch. Ich habe auf dich. Ja, ich habe auf dich geholfen. Ja. Ich bin so frei. Ich mach dir jetzt nicht zu voreilig. Alter, hast du gerade einen umgebracht? Ich? Nein. Was? Ich? Nein. Ah, nein, Busch. Das war doch klar, dass du es siehst. Ich hab jetzt aber kapiert, über ihnen ist ein Ausrufezeichen. Das füllt sich dann. Je nachdem, wie sehr sie einen sehen oder nicht sehen. Wir sollten uns in diesen Buschen schlafen. Diese Clubs sind schlafen als ein Bagel von weißen Pote. Okay. Achtung. Alter. Der ist voll der Kamikaze-Typ, ey. Du schaltest hier ein nach Madame aus. Ja und du schaust zu. Ja, du machst das so gut. Oh, oh, hier sind zwei, hier sind zwei. Da brauchen wir beide. Du musst doch gemeinsam hin. Ja, warte mal. Ich weiß grad nicht. Da vorne, siehst du die beiden? Ja, ich komme. Da bin ich in der Hecke. Okay, ich mache links und dann nach rechts. Ja. Und. Oha, drei Stück und alle gucken in die Richtung. We got men here, here, here and here. What about there? Now I need you to get Johnson over there. Wenn ich sage Johnson, werden wir noch mehr Männer brauchen. Ich habe den Sheriff gefordert. Okay, ich schreibe Johnson. Okay. 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 Ich war dir jetzt schon bei Folge 5 Zuschauers. Glaube ich, gefällt dir, was du siehst. Also lass einfach ein Abo da. Hau rein. Und jetzt geht's weiter. Wir folgen uns nicht. Kennst du alle Spielmechaniken und weißt nicht, diese wir uns dann vielleicht später doch mal über den Weg laufen? Nein, machen sie nicht. Achö, nö, äh. Guck ganz Mama. Weißt du, Magnus... Achtung, da oben sind die Bach Leute. Ja, wartewartewartewartewarte. ig, da bin ich immer wiederglaubt. Achtung, ich steige jetzt hoch. Ja, ja, tu das. Weiß nicht, ob ich dann direkt zuschlagen muss. Tu einfach, geh direkt hin. Okay, und los. Als würden die da Wachen hinstellen. Ja, die haben halt so gequasselt, für den Fall, dass da jemand kommt, ne? Ich hoffe, wir können durchkommen. Ja, Mann, wir haben das. Ja, Mann, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Oha. 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 Das ist kein normaler Weg, denke ich mal, oder? Ja, aber... Oha. 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 Da kann ja auch keiner ahnen, dass ich die Idee testen muss. Schau mal, ich tanze. Oha. Oha. Ah ja, das könnte zum Anlocken helfen, besser als ein Stein. Zum Anlocken? Ja. Ja. Ach, das... ach... Was sind das für Billigschlösser? Ja, nichts Gescheites halt. Und die Axt nehmen sie natürlich nicht mit, um vielleicht mal jemanden zu erschlagen oder so, dass das schneller geht? Nein, das ist dann noch bewaffnet, wenn du gefasst wirst, das macht es schlimmer. Da ist doch irgendwo eine Wache. Da. Aber dass wir da jetzt zehn Stück umgebracht haben oder so, das ist dann natürlich jetzt egal. Nein, wieso hat der mich gesehen? Weil du nicht Linksklick gemacht hast, oder? Doch, hab ich ohne Ende. Aber er hat auch nicht Linksklick angezeigt. Bei mir nicht schon. Also ich seh ja dein Bildschirm auch. Ich hab's aber nicht gesehen. Nein. Let's not take any chance from that cop. There must be another way past him. Äh, holst du mich auch? Ne, du kannst einfach links, äh, an Dinge drangehen. So, ja, ist er jetzt. Stopp right there! Down on your knees! Oh, oh. Officer down, Quadrant C. Suspect apprehended, requesting backup. Moving in to secure him. Äh, nee, falsche Richter. Ja, ja, ich bin dabei. Der hat mitten im Gehen die Richtung geändert. Ah! Na ja, du. Feiger. Ja. Uh oh. W Stallfuhl. Just keep running! Oh, trust me! I'm not stopping. That's for sure. Goddamn it! They catch your fucking water! Oh shit! I think I see a cliff up ahead! Hurry up! I hate dogs! I hate fucking dogs! I hate dogs! Oh ahaaa! Aua! Scheiße, scheiße, scheiße. Iiii! Was ist da denn...? gleiche stelle es geht direkt ich kann gar nicht so schnell drücken hör auf mit dein zweiter statur, mach eine taste und zitter dir ein ja mach ich ich habe auf der einen tastatur wie gedrückt und auf der anderen mit beiden e ging es wehmlos was hast du nicht gedrückt nein lass dich doch nicht einfach fallen damit du die hundeszenen nochmal machen musst das ist dein fucking ernst ich fasse dich weißt du das nein du lebst nicht ernsthaft denn jetzt stirbst du ich sterbe nicht ich sterbe nicht ich weiß wie das geht wie dir du lässt mich fallen oh ich muss auch drücken das war es mir sehr nützlich bis hierhin aber ab jetzt frau ich dich nicht mehr weißt du oh 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 Ja, lass den Koffer da liegen. Du musst ihn einfach finden. Verstehe ich es nicht? Ich weiß nicht, wie. Habe es einfach passieren. Ja, Boss? Irgendwie hat er ein bisschen Angst vor Leo. Und ein klein wenig Ähnlichkeit. Ein klein wenig. Okay. Ich mag keine langen Verhandlungen. Äh, ja.